Bewegung, Junge! Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunste Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Und jetzt ganz vorsichtig. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stolker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suche nach Schrott, Munn, alles was jung. Manchmal findet man die Tote. Die Schnee will einlumpen. Luftbäume, die sich an der Oberfläche verstecken. Nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Muniz... Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmen. Klasse. Danke. Bereit? Wer ist zum Teufel? Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Das ist die Tote-Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Spring, ich fang dich auf. Das nenne ich nun wirklich brech. Das ist die Tote-Stadt. Sprechaung. Sprecher Ich bin. Wasasi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 Halt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.